Ich mach Mr. Dawson einen Antrag. Willst du mich heiraten? Weiß nicht, was ist für mich drin? Alles, was du willst. Echt alles? Ja, alles. Mach mal so. Spuckst du oder schluckst du? Was immer du willst. Was immer ich will, ich würde dich bestimmt heiraten. Aber das ist doch auch nur dein Lieblingsmann. Du bist ein Arschloch. Na aber hallo. Das war furchtbar, Mann. Das war schrecklich furchtbar.